Und ich bin gleich weeeeg Ist dem so? Ich bin tot Oh, macht das Spaß, ey Frustration! Ja Ja, ich bin auch schon wieder gleich weggeballert hier Ich muss mir zu sehen, ob ich hier noch wegkomme Was für Fickscheiße, Alter Ich habe da ja auch gar nicht mehr Ich habe ja Bock mehr Das ist, äh Scheiße Von der Rüstung Du, das wäre später auch nicht anders, weil alles angeglichen wird Du kannst es sonst was für ein Equipment haben Wird sowieso untergepegelt Außer, äh, du hast das High-End-Zeug Da hast du dann, glaube ich, 10% Oder so, äh, Vorteil Aber was warst du dann noch? Ich bin dann nur Schmiede Wieso bin ich da hin? Oh ja Und ich bin nicht tot Also Schmiede nicht, sagst du, ja? Nee, nee, Schmiede nicht, da sind zu viele Na, wo willst du denn hin hier? Wo wollen wir noch hin? Das will ich Und Friedhof, chillen Chillen, Lackbob, dillen Hm, hm Mhm Hi Servs Oh, als Jegeister ist das einfach Der Satz beim Baller auch gesagt Ich bin es nicht gewohnt, nahkampfen zu. Wieso reiten wir hier hin? Ich weiß auch nicht. Das schieb mir als gute Idee so irgendwie. Okay, diese Armee. Da ist ein Hegel. Wer ist denn der hier? Xenie. Der ist orientiert. Bin ich. Wo ist die? Blöder Kuh? Ja, ich bin auch grad drauf. Kriegst du natürlich nicht kaputt, die Fronze, ne? Äh, die Person. Voll ob, ey. Ich mein, ich bin kurz davor, aber hier muss auch mal einer raufprügeln, Junge. Oh Gott. Ah, jetzt bin ich verängstigt, jetzt ist vorbei. 50 Stunden verängstigt. Weißt du, was ich mache? Bist du immer noch hier, oder? Ja. Ich muss runter. Tod. Ich leb noch, weißt du wieso? Ja, du bist runter. Ja. Ich hab's probiert. Ich bin halt noch gestorben. Aber ich hasse es. Ich will ja nicht mal gucken, wie oft ich gestorben bin. Äh, höchstens fünfmal, oder so. Mhm. Ich muss noch was futtern, Neil. Ich kann nix futtern, weil ich angeblich noch im Kampf bin. Jetzt. Meine Nase ist kalt. Oh, Mensch, ey. So kalt es ist hier. Mir ist zu blöd, wenn man ohne Dach und Wende lebt, ne? Das ist so scheiße. Ich könnte nicht in Sibirien leben. Wieso reite ich wieder hoch? Wieso tue ich das? Ja, ein anderer ist ja auch grad hoch. Guck mal hier, komm, jetzt schaffen wir das. Mhm. Wenn der kurz vorm Tod ist, ja, vielleicht. Das ist ein Typ namens Linsensuppe. Wie krieg ich den hier runter? Er töibt. Er töibt. Nur betreibt. Ey, der Heel ist tot. Ist Heel tot? Ja, wir haben grad nen Heel tot. Also, wenn du jetzt vielleicht schnell, äh, wie Dingsen könntest... Ich bin oben. Dann geh mal ein anderes Ding runter. Ja, warte, ich bin gegen Kampf gewesen. Das ist so billig viel, Alter. Ja, jetzt ist wieder hier jemand. Der muss sterben. Ja, bin ja auch gleich tot. Jeder versucht hier wie ein Pro-Gamer zu wirken, weißt du? Das ist so geil, ey. Wie der mir kommt. Oh, ich bin Pro-Gamer, pass auf, ich bin schnell und stup-tup-tup-tup-tup-tup-tup. Ach, Mensch. Oh, Fick und Leck mich, ey. Tot. Doch. Oh, guck mich nicht, wie es denn so hier noch ist. Ach... 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 Nee, wo ist die Fickkacke, Alter? Ach... Du... Wieso hältst du so Böse? Ach... er wird sie mich veräppeln hier sind welche in Stahl das sieht doch Kicken wir weil Kecke 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 sollen die machen da stimmt nicht wieder das ist der Jäger gut gut gott jetzt heult er jetzt echt rum weil er gerade nicht hier sind jetzt hier wo gehst du hin? ich bin da wo bin da? stelle stelle tachchen äh äh ja was machen wir? ich wollte sagen das mal Mine, aber die Hörter ist schon so mhm vielleicht hoch oder so so über die Mine rum das sind aber auf dem Weg ganz viele ja über die Mine ja das ist noch eine gute Idee ja das ist noch eine gute Idee mhm mhm mh 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 . also wo bist du? mh 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 tato zu ja... mh mh mutio mh a Hip die Welt Gummern das ist dann nur und die ich habe noch keine Energie ich bin zu glücklich mich als gerade so gerettet was labert dieses Lückel braucht man direkt stückte eine die soviel zwiebel dass die einfach mal die fresse halten können so gut was regt man sich auf wegen so einem untermenschen so echt jetzt weißt du was in der kiste warte ich muss mal schreiben guter kontakt für den elfjährigen das spiel ist auch gut wir sagen ich habe dumme argumente aber verallgemeinert als möglich jeder als elf der übersagt da sind diese als vier spieler ja ein mit dem her kurz Päuschen Ja klar, können wir machen Okay, machen wir ein Päuschen, das muss ich auch sagen Dann machen wir mal ein Päuschen, okay, bis gleich Ja Geht sie nochmal nach Dalaran oder so? Ja Oder was Nee komm, dann lasst ich erst Dalaran und dann bringe ich zu Volltreffer Nee Ich seh voll Nicht Volltrefferhütte, wir sind in der Ordenshalle Also Dalaran Also Dalaran Ja, erstmal kurz Dalaran Mal gucken, ob ich was schmieden kann Ich bin fertig, wenn ich vier verschiedene Schmiede oder so Das macht den von Malle, ne? Mhm Mal gucken, ob ich da nicht immer mit der Pätschüße Dalaran Eigentlich so nach 1,5 Uhr, als da ist sowas hier voll die Erholung angekommen Ja, stimmt Ich mein, es macht ja irgendwie Spaß, aber so geht die Vollumwand für eine Substanz, ich weiß auch nicht Wieso Ich blick da überhaupt nicht durch Also Ich kann hier tatsächlich eine Quest abschließen Äh, wo sie Mir wurde angezeigt, dass ich hier eine Quest abschließen soll Oh, hab ich mich grad erschrocken, das waren das Garten-Geräusche Hast du das gehört? Nee Und so Ah ja, das war irgendein Waldtier Nein, das war hier, ich hab das doch gehört, das war als würde irgendwas knacken hier Ach, bei dir ja zu Hause Ja, ey, ich schwitz grad voll, weil mich das voll geschockt hat, grad Jetzt guck ich da, ich werd wahnsinnig, ey Mir ist grad richtig warm, mir schoss grad voll, dass anderen hier dient durch Weil ich dachte grad, eine Festplatte hängt hier oder so, ne? Mhm Boah, alter Äh, eben gerade wurde mir, trotz allem, äh, angezeigt, dass ich eine Quest abgeben kann Ja, bitte mir auch Ja, kann ich doch Wie kommt man denn da hin? Hier, in dem Laden Handelsmarkt ist Stimmt hier oben Ach, ich bin ja ein Schmied, stimmt ja Kein Wunder, dass ich die ganze Zeit woanders sehen wollte Hm Das mach ich ja grad so fertig, die Geräusche, dann Wallstar und So Ja, und jetzt, äh Wie heißt das noch, ne? Ja, das komische ist, die Sachen für meinen Beruf Diese, diese erweiterten Ränge, ich krieg die Rezepte hier nicht gekauft, ne? Naja, die kriegst du nicht gekauft Also, die kannst du schon kaufen Ich hab Für Lederbearbeitung Rezepte gekauft, aber ich kann die nicht nutzen Zum Beispiel Das war's eigentlich, was ich gucken wollte Hab ich überhaupt Kochkunst? Kochkunst war ich glaub' ich auch, oder was? Da kochen war ich nix Ich hab' gar keine Füße, ich muss mal wieder angeln Gut, dann zur Ordens, Halle, oder what? Hm Oh ja, das muss ich sehen Ich hab's geschafft, Typo Ich klinge Tatsächlich, ich sehe das zum ersten Mal Hm, einmal hab' ich das schon geschafft Klasse Ah, Arbeitsabdruck nicht fertig Guck'n Kuppenausbildung, dankeschön Ähm So, jetzt hier Schwarzvorarbeit Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht Schon so 40% und wirklich mehr Schnaupfen Guck'n Guck'n Gut, Artefakten macht, hab' ich nicht viel Das haben sie glaub' ich erst gemacht Ja, dann können wir jetzt, äh, da weitermachen, oder? Oder kann ich noch Arbeitsaufträge aufstellen? Ach nee, da müssen jetzt die Truppen weg Und so wieder zurück Hast du bei der die Quest abgegeben? Das finde ich, hab' gar keine Nein? Ja, ich hab' sie schon, aber ich hab' sie jetzt erst, äh, angefangen, weil Ich hab' letztens, hab' ich sie nicht gemacht, weil da stand, dass da nur ne Chance von 40% ist Und das war mir zu wenig Gut, dann warte ich Hoppast Wie du das hast Achso, nö, kannst du doch abgeben Ne, weil die Folge Quest ist Achso, okay Ich dachte, dass das vielleicht noch mehr wird, aber ich weiß auch nicht, ob die mit 40% so durchkommen Wie glaubst du denn? Ich hatte weniger als Ich glaube, über 20% hat ich Wo bist du denn? Da lachen Ich seh' dich nicht Jetzt Also wieder, äh, Donnertotem? Ja, ne? Mhm Bis bald Wo war das nochmal? Tschüss Donnertotem, okay Mhm Kannst du mir einen Gefallen tun? Hm? Kannst du mir einen Gefallen tun? Was denn? Ich glaub, du hast ein Mikro ein bisschen zu nah in der Nase oder so Okay, jetzt? Ja, ich find' gut Wie ist denn da? Ich find' die Sachen brauchen viel Erd und wie so Ja, es ist auch komplizierter, das alles herzustellen Ich brauch' zum Beispiel einen Tisch und Ah, ich weiß nicht, wie das heißt Moment, die Das Leder so Spannend Ja, äh, ja, ja Ich hab' das auch mit dem anderen Webra Ja, genau Und dann dieses Fläschchen noch Immer Ja, ist auch schon affig gemacht Warum kann man das hier an einer Stelle machen? Ich mein', beim Schmieden kannst du's ja auch Da brauch' man Ambos nochmal Ja, bis jetzt hatte Lederverarbeitung das ja gar nicht Nö, eben Eigentlich auch blöd Aber du brauchst jetzt so'n Scheiß Ist ja irgendwie unsinnig, oder? Und es ist komplizierter Du musst erst all diese Sachen herstellen, damit du Was herstellen kannst Oh, dann zufeln Zit Die Gerbe der alten Mutter Zu müde, oder? Entschuldigung Ich frag' nur Nö, nö, ist okay Das ist, man gehört, glaub' ich, an Sauerstieg Ach, hier kann ich auch einen abgeben Hm? Diese blöde Trommel-Crest hier Das war unten, ne? Hm? Äh, war das echt unten, oder war das in, da drin? Naja, hier drin, halt Obendrin, Mensch Sind die obendrin? Ich kenn' den unten Hier ist auch was Hier ist auch nicht, halt Nö, nö, das war unten Man muss die Trommeln ja zu dem Typen zurückbringen Achso Ich hab' ja noch nicht alle Trommel Achso Ich brauch' ja noch zwei Trommeln Okay Scheiße Dann sammle ich erstmal den Schatz hier ein Mach' ruhig Der ist hier unten im Bazar Rosterfressen ist schwer Das sind Sachen, die man haben will Achso, wo sind die scheiß Trommeln? Der Hochberg wird nicht fallen Hütet euch vor den Tiefen der Erde Und wenn du abgibst, hab' ich grad gemacht, dann steh'n hier Trommeln und dann kannst du draufkloppen Da ist ein Geh' auch mal hoch da Na Und hier ist noch einen Ja, die Manga hat nen Sound Zum bisschen Was ist da? Was ist da? Jetzt kam voll verzögert ein Ton an, nachdem ich schon weggegangen bin Aha Hast du alle? Ja ja, ich komme jetzt Jetzt kommen alle die Sounds, die ich vor ein paar... vor zwei Minuten draufgehauen hab' da Rund da. Rund da, Mann. Sieh. Wurden sie mich gut. Hast du schon abgegeben? Ich bin so ein... rechts neben dir, die Fommel. Unter dir, in dem Fall. Das sieht aus. Ich meine, du siehst mich ja nicht, ne? Ja, wo bin ich denn? Das muss ich ja machen. Nichts, ich glaube, das ist nur so Deko. Ja, wo bin ich, ne? Da bist du. Du bist denn da? Ja. Oder du bist oben. Ne, ne, ich bin in diesem Raum. Welches Raum? Oben? Ich bin hier drin, wo du dich aufhoffelst. Ja, das ist ein Schatz, ne? Da, wo bist du? Im Wasser. Ne. Gras. Wo bist du? Oh, ich bin in deiner Nähe, ne? Oh, ich bin in deiner Nähe. Ja. Oh. Ich bin in deiner Nähe. Mmmmmm OMG Oh ja den Druck öffnen muss ich mit M slippern Das war so witzig, ey. Hallo! Ja? Wo war das nochmal gewesen? Hm. Da. Glaub ich. Oder? Nein, das ist hier lang und dann über die Brücke. Oh ja, stimmt. Hier lang? Ja, hier lang. Wo ich hier lange. Ja, da bin ich auch gelaufen. Der steht eh hier vorne. Da muss man noch irgendwen holen. So eine blinde Tollader. Und die hier, genau. Die muss man jetzt zurückführen und die läuft fort.